Heidi, wo steckst du? Auf der Alm natürlich. Und ihr könnt mit dabei sein. Freut euch auf Heidis schönste Abenteuer. Heidi, morgen 9.35 Uhr auf Junior. Ist hier niemand? Na, das fängt ja gut an. Hoppla, hier kommt Maya. Tag, ihr Blumen. Ich bin die Maya. Diese kleine, freche Biele ist immer auf Entdeckungsreise. Wie das lustig wackelt, wenn man daran tippt. Maya. Flip und Willi durch die Wunderwelt der Wiese. Maya, wo bist du denn? Na, ich komme. Ich komme, Fräulein Kassandra. Ich bin gleich da. Maya erlebt die tollsten Sachen. Peterchen, erzähl mir die Geschichte weiter. Wollt ihr mir helfen, mein sechstes Beinchen zu finden? Ja, natürlich. Ihr müsst erst fliegen lernen. Wer will mit zum Mond? Heute begleitet Peterchen und Anneliese auf ihrer spannenden Reise. Peterchen, Herr Sommsemann, wir sind da. Also, nichts wie hin. Dort oben erlebt ihr die größten Abenteuer. So was habt ihr noch nie gesehen. Die Biene Maya. Heute, 17 Uhr. Und danach, Peterchens Mondfahrt. Um 17.25 Uhr. Auf Junior. Auf Junior.